Hallo liebe Rätselfreunde, hier ist Dusel von SecretWorld23.de und in diesem Video zeige ich dir einen Teil der Story-Missionen Schwarze Sonne, Roter Sand, nämlich hier Stufe 2 von 10. Und hier sollen wir das Versteck der Kultisten finden und durchsuchen und ich bin gerade in der verbrannten Wüste und da in der Hauptstadt und hier der Questmarker ist recht großzügig auf der Karte. Und was du machen musst ist, du suchst dir irgendeinen verdächtigen Dorfbewohner hier in der Stadt und was macht man am besten mit verdächtigen Dorfbewohnern? Genau richtig, man verdächtigt sie und wie verdächtigt man verdächtige Dorfbewohner am besten? Indem man ihnen folgt und sich dadurch zum Versteck der Kultisten führen lässt und das mache ich jetzt hier. Falsch machen kannst du dabei nichts, du kannst ihm so nah auf die Pelle rücken wie du möchtest. Der hört nichts, der sieht nichts, der ist stumm, da geht gar nichts, wir können ihm einfach hinterherlaufen und hier findest du dann das Versteck der Kultisten. Und wenn du nun versuchst die Tür zu öffnen, weil wir müssen natürlich jetzt hier rein, dann sagt uns das Spiel, den Tempel auf diese Weise zu betreten ist vielleicht keine so gute Idee. Und da hat es bei mir geklingelt, als ich ankam in dem Questgebiet, ist mir aufgefallen, dass von anderen Spielern ziemlich oft Loot auf dem Boden lag, hier zum Plündern, in dem so ein Gewand drin war, das ich aber nie aufheben konnte. Also bin ich losgezogen und die ersten zwei Gegner, die ich gefunden habe, waren die zwei. Die haben auch so ein Item getroppt, das habe ich jetzt gerade im Inventar benutzt. Wechsle jetzt in meine Galerobe und hier finde ich unter Multislot dieses Gewand. Und das Gewand ziehen wir an, gehen nochmal zur Tür und siehe da, damit können wir den Atom-Tempel betreten. Das ist eine Solo-Instanz und hier müssen wir jetzt den Weg ins Innerste Heiligtum finden. Und hier gibt es einen verborgenen Durchgang, den benutze ich zum Durchlaufen. Und jetzt folgen wir hier dem Weg, bis wir auf zwei Personen treffen. Und bei den zwei Personen triggert sich dann eine Zwischensequenz, die schneide ich wie gewohnt raus. Darfst du dir dann ganz selber angucken, wenn du soweit bist und hier ist der kleine Durchgang. Und am Ende der Zwischensequenz wirst du quasi wieder aus der Solo-Instanz geschmissen, beziehungsweise kannst du ein Stück rauslaufen. Und was du dann machen musst, ist hier dem Mann im Anzug folgen. Und hier hatten wohl relativ viele Spieler Probleme. Und entweder gibt es hier einen Bug oder vielleicht, wenn man nicht schnell genug losläuft, weil man nicht erwartet, dass der Mann schon unterwegs ist und man ihm folgen muss, dass man ihn vielleicht zu schnell verliert. In jedem Fall zeige ich dir deshalb in dem Video, zu welcher Location, zu welchem Ort du laufen musst, um diesen Missionsschritt zu absolvieren. Und ich denke, es ist egal, ob du ihm hinterherläufst oder zehn Minuten später kommst oder so. Das dürfte keine Rolle spielen. Wenn du es probiert hast, indem du sehr viel später ankommst und es geklappt hat, schreib mir gerne einen Kommentar hier auf YouTube unter das Video, dass wir das auch ein für alle Mal wissen. Und dann kommen wir irgendwann hier an der Ecke der Gebäude an. Und hier triggert die nächste Zwischensequenz. Damit haben wir den Questschritt geschafft und sollen nun ein Lager erreichen, das mit einem Questmarker ganz im Osten markiert ist. Das zeige ich dir vielleicht demnächst. Ich wünsche dir soweit viel Spaß beim Nachmachen. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss. Tschüss.